Moin zusammen, wir gehen jetzt mit einem 4,75-fach nach Sunny Meadows. Wir haben Sprinten an, wir haben keine Beweise und wir haben das Ouija-Board, um den Knochen schnell zu finden. Mal gucken, ob wir ein Perfect Game hier schaffen. Oh, Breaker! Guck mal, wo der Breaky ist! Oh mein Gott! Kein geister Foto! Jetzt dürfen wir es nicht verkacken, ne? Jetzt haben wir voll den Druck hier. Jetzt müssen wir es schaffen. Mit so einem Breaker-Spawn. Also, hallo Sunny Meadows, wir bereiten kurz vor und dann geht's rein da. Ja. Okay, dann rein da. Na? Ich lass die Fotokamera mal hier vorne liegen. Wo ist das? Pillen? Hallo? Hab ich sie? Ja, eine. Ich bin hinter dir, ich bin gleich da. Ich musste nur schnell Pillen holen. Okay, dann frage ich den jetzt gleich, wo der Knochen ist und du machst ein Foto. Ich sag dir dann den Raum. Where's the bone? Restricted. Okay. Restricted. Room? Room? Ja. Nummer? Goodbye? Der ist im Restricted Room Nummer 4, also unten rechts der Flügel, der vierte Raum. So, das ist der Knochen. Ja, okay, okay. Das ist der Knochen. Ich frage jetzt, wo der Geist ist. Ja, ich frage jetzt, wo der Geist ist. Where are you? Mail? Mail Bathroom. Okay. Mail Bathroom. Goodbye? Goodbye? Mail Bathroom ist der Geist. Also hier links, äh, oben. In dem Badezimmer. Restricted ist, wenn du runter in den Keller gehst, in den rechten Flügel, vierter Raum. Ja, okay, 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 okay. 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 Ich mache schon mal den Speckraum fertig. Also jetzt, äh, jetzt bauen wir alles schnell auf. Ich hoffe, meine Sanity ist noch einigermaßen okay. Wir bauen jetzt schnell auf. Ich bringe jetzt, äh, Kruzi schon mal da rein. Einen Sound-Sensor. Oh, das Kruzi sollte so sein, dass man es auch sieht. Eine Kamera, ein, äh, wo ist der Sound-Sensor? Hier. Im Bathroom ist er. So. Okay, perfekt. Ich glaube, das ist der Raum mit dem Badebann, der Westwickler hier. Oh, ich habe gar nicht bekommen, wo der Geist noch schreibt. Hier oben! Hier oben! Oben links! Ich mache mal hier das Licht an. Vielleicht weiß er ja dann, dass das da ist, der Flügel. Eins, zwei, drei. Ach, ich muss gar nicht sehen. Ich brauche das Badezimmer. Das Badezimmer hat einfach keine Tür. Das Badezimmer ist... Glaube ich nicht. Oh ja, da läuft schon Wasser. Küken, hier! Was war denn das gerade für ein Funkelchen? Küken, hier ist der Geist! Hier! Hier! Küken, links! Oben links! Küken! Küken, hörst du mich? Hörst du mich? Küken! Hier ist der Geist! Küken, hier! Bist du oben? Küken! Küken! Küken, bist du oben? Bist du oben? Bist du oben? Hier, hier, in dem linken, da in dem Klo. Da läuft auch schon Wasser. Folge dem Wassersound. Erster Raum ist ein Speckraum und hier vorne der ist ein Speckraum. So, jetzt weiß er auch, wo er ist. So, wir bauen kurz auf. Bis gleich. Okay, das Küken ist gerade beim Geisterraum. Er ist in Salz getreten, also kein Waze. Und er versucht gerade Fotos zu machen. Hoffen wir mal, dass das mit den Fotos so weit klappt. Ich könnte den Geist noch fragen, wie alt er ist, theoretisch. Auf dem Board. Hat geklappt. Hat geklappt. Alles gut. Aber auch nur ein Foto, weil es sagt Dirty Water und nicht Interaktion. Jetzt muss er sich nur merken, welches er fotografiert hat. So, ich baue jetzt in der Zeit den Ghost Hyrule weiter. Hier, Küken, hier hast du einen Sensor, dann weißt du, wenn er rausgeht. Okay, ich bring dir noch eine Kerze, okay? Ja, für die Fotos. Noch ein Kerzchen zur Not. Könnte man es auch mit dem Board machen, das würde auch noch gehen. So. Okay, im Nachbarraum das Licht. Okay, also mehr ist raus. Der Geist hat da Licht angemacht. Okay. Ja. Oh, ich müsste hier mit dem EMF mal gucken, ob wir hier ein Reading am Breaker kriegen, wegen dem, äh, wegen dem Gin. Wisst ihr? Oh, weißt du was? Komm schon, scroll doch weiter. Ich nehme ihm einen Smudge mit, damit er sich da auch verteidigen kann, falls was passiert, damit er auch weglaufen kann. Hier, guck mal, hier ist ein Kerzilein. Und ich habe dir auch einen Smudge mitgebracht, zur Sicherheit, okay? Ja, wir müssen uns fragen. Da kannst du dich zur Not mit verteidigen. Ich baue den Ghost Highway dann mal weiter. So, dann tun wir nämlich eine Taschenlampe einmal so hier hin. Die Taschen mal ein bisschen nach vorne. Tja, das ist auch lustig. Diese Sounds noch dabei. Okay, der ist aber nicht in meine Richtung gelaufen bisher. So, jetzt brauchen wir noch die Bewegungssensoren und den Speckraum. Dann sind wir fast schon fertig. Juhu! So, ich verlasse jetzt mal den Post. Ja, hat alles geklappt mit den Fotos. Hat alles geklappt mit den Fotos. Juhu! Der Ghost Highway ist auch fast fertig. Okay, Wochen Sanity 25 können wir mit dem Midi-Word machen. Und die anderen zwei Aufgaben können wir während des Hanfes machen. Ja, wir dürfen nur nicht zu schnell die Sanity verlieren wegen den Early Huntern. War das der Brecky? Ne, das ist Kruzi. Schnell Sanity-Check! Oh, gut, dass wir gerade an der Tür waren. Sehr gut. Hä, warum ist deine niedriger als meine? Was hast du gemacht? Das ist ja jetzt was hier. Warte mal, ist das vielleicht ein Gin? Hat er vielleicht die Fähigkeit an dir benutzt? Gin! Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Hey, dann geht das ja easy mit dem Sanity runterkriegen. Weil deine ist ja so plötzlich runter und da ist es doch zum Teil auch Licht da drin. Ey, das ist ja typisch für mich. Ja, hatte ich teilweise. Ich, weißt du, ich bin vorhin noch hier vorne vorbeigelaufen und hab gedacht, hm, schade, dass ich kein EMF hier am Boyke hab. Weil dann würde ich die Gin-Fähigkeit ja mitbekommen, während ich hier die Items hole, weißt du? Habe ich gerade eben noch so gedacht. Ja, gut gedacht, ich gemacht. Aha. Ja, wie denn, wenn ich kein EMF hab? Wo ist denn das EMF? Ich hab keine Ahnung. Das ist irgendwo im Erdboden verschluckt. Hier, nimm noch Parabol mit. Ja, nee, sollst ja mitnehmen, das Parabol. Parabol. Ja, die hab ich ja jetzt gerade dabei. Ich bin ja nur mit dem Ghost Highway fertig gewonnen, weil ich dich ja auch noch beliefern musste. Hast du ein Parabol mitgebracht? Bring mal eins mit, dass wir ihn aus der Ferne hören können. So. Dann teste ich hier drin nämlich gleich auf Gin. Weil es ist ja wahrscheinlich ein Gin. Rettet die Kissen! Wir müssen die Kissen retten. Das ist wichtig. Rettet alle Kissen. Kissen. Raus mit den Kissen. Raus mit den Kissen. Heia! Rettet die Kissen! Ja, hier haben wir doch einen Speckraum. Ja, wie willst du denn sonst einen Gin-Test machen? Der wird uns bestimmt nach unten abhauen nachher. Wir müssen den hierher locken. Ja, Mensch. Wir können ja wieder so eine Schlange machen. Ich gehe ja außerhalb des Rings hinterher. Ja, hier nimm noch einen zweiten Smudge dann für dich mit. Ich hab zwei, du hast zwei. Müsste dann hinkommen. Das tut ja lustig. Du kannst ja mit der Tür... Halte das Parabol hier durch die Tür zum Hören. Ghosty! Ja? Ghosty! Ghosty! Get over here! Hey! Und er lockt sie jetzt zu sich. Okay, ich glaube, er hat sie abgewählt. Ich hoffe, er überlebt das dann. Weil, ja, ihr habt es gerade gehört, wie sie Gas gegeben hat. Eindeutig drin. Wenn das Licht jetzt ausgegangen wäre, dann wäre er tot gewesen. Aber das Licht ist noch an. Das heißt, sie hantet noch. Das heißt, er lebt noch. Ich höre die da gerade an der Tür rumfummen. Ich hoffe, die schnappt ihn jetzt nicht wieder. Lebst du? Vorbei. Ich höre dich nicht, war der Kommandatier. Lebst du noch? Ja, ich wollte nur wissen, ob du noch lebst. Ja, Mensch. Was ist jetzt los? Definitiv Gin-Beschleunigung. Du standst zu nah an der Tür vorhin. Hast du es nicht mitbekommen, ne? Das Beschleunigen. Nee, nee, nee. Doch, ich war schon eine ganze Zeit weg. Aber es war wahrscheinlich normale Beschleunigung. Ja, sie hat wahrscheinlich auch noch Line-of-Side-Beschleunigung aufgebaut. Deshalb wahrscheinlich. Hier, rette die Kissen! Die Kissen retten! Hier, rette die Kissen! Ja, dann hol das Bord. Aber du hast weniger. Ich muss, wenn dann, was fragen. Ja, sage ich ja. Ja, ja. Ich frage, ich frage dann. Ja. Sie hantet! Sie hantet! Sie hantet schon wieder. Es ging aber schnell. Komm, mach Last Noon Location. Komm her. Komm her, Geist. Na, komm. Gut, sie hat Last Noon Location gemacht. Sehr schön. Hört ihr es? Sie war gerade eben ganz schnell, als sie mich gesehen hat, als sie durch die Tür kam. Und jetzt wird sie wieder langsam. Hört ihr es? So könnt ihr den Gin sehr gut testen. Oh ja. Schick, schick, schick. Schick, schick, schick. Schick your booty. Schick your booty. Oh. Schick, schick, schick. Schick, schick, schick. Schick your booty. Schick your booty. Sorry, Leute. Ich bin gleich windelig. Wir sind gleich wieder da. Oh, das war es schon. Wir bleiben doch noch da. Ja, hier. How did you die? Äh, drowned. Ja, vorbei. Goodbye. Goodbye. Aber ich hatte gerade auch die Gin-Beschleunigung nochmal an der Tür da. Hey, rette die Kissen. Wir müssen die Kissen retten. Oh, ich sah nichts wirklich gemacht. So. Ein Gin. Wo ist der? Gin drin. Warte, ich finde ihn nicht so. Rechts. Rechts oben. Ja, ja, ja. Okay. Okay, hör mal das. Ja. Guck mal, und einfach so ein Perfect Game wieder, ne? Oh, krass, ey. Ja. Ja, man muss nur wissen, wie man es macht mit den Perfect Games, ne? Wenn das Spiel die ganze Zeit gegen einen ist, dann wird man einfach mal sich seine eigenen Konditionen einstellen. Und dann geht das auch. Wie oft das seine Fähigkeit benutzt hat? Ich schätze mal ein oder zwei Mal, vielleicht zwei Mal sogar, weil der Niscenity so am Arsch war. Fähigkeit. Zwei Mal. Zwei Mal tatsächlich. Klasse. Ich ging da auch noch so am Breaker vorbei und dachte, hm, schade, dass ich kein EMF habe, weil du warst ja gerade im Geisterraum. Da dachte ich so, ja, wenn ich jetzt ein EMF hätte und der würde die Fähigkeit benutzen, würde ich das jetzt hier sofort sehen, ne? Wo ist denn das andere EMF abgeblieben? Hast du es in der Kapelle gelassen? Ich habe keine Ahnung. Oder wo ist das? Ich habe es auch am Eingang liegen lassen vor der Tür. Aber da habe ich auch keins gesehen, deshalb wundert mich das hier. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, da habt ihr es mit der Fähigkeit. Ich hoffe, es hat euch geblieben. Mein Lieblings-Seitein freigeschaltet. Zunächst mal. Zunächst mal.